Ein hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 3, den Multiplayer, meine lieben Freunde. Weiter geht's. Ja, sorry, dass lange nichts mehr gekommen ist von Call of Duty, aber es ging gar nicht. Ich hatte wirklich ein, zwei Wochen so richtig Halsschmerzen. Warum trotz dessen Darksiders 2 oder sonst was gekommen ist, lag daran, dass ich an einem Tag oder so vor meinen ganzen Halsschmerzen mehrere Folgen aufgenommen habe. Deswegen, ich mache das ja eh immer, mehrere Folgen auf Vorrat aufzunehmen und so viele Folgen habe ich schon aufgenommen. Und ja, diesmal geht es hier ab mit der Usas 12, wie man sieht, habe ich hier auch schon ein bisschen gespielt. War von Stufe 8 schon, vor meinen ganzen Halsschmerzen natürlich und, oh Gott. Ich bin der Shotgun, nee, nee Leute, ich bin ein absoluter Shotgun-Noob, wirklich. Erwartet echt nichts so von wegen so 30-5 oder so, keine Ahnung, irgendeine geile Score irgendwie. Ich bin echt glücklich, wenn ich noch so 18-18 oder 18-17 schaffe oder so, keine Ahnung. Ich, also eine Plus-Karte wegen, äh, mit der Shotgun, oh. Da ruhe ich bestimmt jetzt eine Minus-Karte raus, meine Freunde, ganz ehrlich, das kann ich euch bestimmt versprechen. Es gab echt noch kein Spiel, wo ich gesagt habe, oh, Shotgun, das ist mein Fall, definitiv. Damit pohne ich alle, nein. Damit mache ich mehr die Minus-Karte nach oben als die Plus-Karte. Ja. Äh, wäre auch schön, wenn es laden würde, also wenn ich ins Spiel reinkommen würde. Abschluss bestätigt, Village. Äh, wird das was oder wird das nix? Boah, mein Zimmer ist nebenbei total kalt, ne? Alter! Mann, ey, ist das kalt. Man regt sich echt auf, wenn es heiß ist, dann sagt man, oh boah, ist das heiß, Alter, leck mich am Arsch, ey. Mann, 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 Mann. Und dann, wenn es kalt ist, oh, ist das kalt. Geht ja gar nicht. Da wünscht man sich echt wieder die Sonne zurück und die ganze Hitze und oh. Alter, ist das kalt. Und das wäre sehr forbidabel, wenn du starten würdest oder mich einfach rausschmeißen würdest, dass ich eine neue Lobby suchen könnte, würde, harm tun. Ja, toll. Und was habt ihr heute so gemacht? Ja, äh, pff, ich hab Gladescreen die ganze Zeit angeguckt. Ja, super. Welches Spiel? Ah, ja, bestimmt Call of Duty, ne? Ach, ja, ja. Hammer, geil. Äh, nochmal Abschluss bestätigt. Boah. Mann, Mann, Mann. Ich könnte ja mal mit euch ein bisschen labern über die neuen Batman- und Spider-Man-Filme. Die hab ich mir so vor, keine Ahnung, wann hab ich die mir angeguckt? Den neuen Batman- und Spider-Man-Film? Äh, vor eine Woche oder so. Äh, vor zwei? Ich weiß es nicht. Irgendwie so in den Dreh. Okay, auf jeden Fall, äh, der neue Spider-Man-Film, hammergeil, finde ich. Obwohl mir der vorige Schauspieler natürlich besser gefallen hat. Aber ich muss sagen, dass ich es geil finde, dass das nochmal komplett neu anfängt. Also, dass er nochmal von der Spinn gebissen wird und sonstigen Kram. Ich finde, ich liebe eher so eine Filme, äh, wo es so einen kompletten Anfang gibt. Also, wo er richtig erst mal amateur-like ist und sonstigen Kram. Finde ich echt geil. Also, der neue Spider-Film finde ich echt hammergeil. Muss ich sagen. Und der neue Batman-Film. Oh. Oh, nein. Oh, nein, 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 nein. Nee, also, The Dark Knight fand ich eigentlich noch geil wegen dem Joker. Hammergeil. Aber, echt, der komplett neue Batman-Film oder The Dark Knight finde ich echt nicht so geil. Weil, weil, die tiefe Stimme von Batman. Ey, man kann es echt übertreiben mit der Stimme. Aber die ist ja so tief, dass es gar nicht mehr klar geht. Ey, ich hatte echt Schwierigkeiten, ihn richtig zu verstehen. Ohne Scheiß jetzt. Ich muss echt zuhören, richtig, was er labert, der Batman. Weil, die Stimme ist so tief gewesen. Ey, what? What? Woher kommst du denn nebenbei? Ich meine, what the fuck? Also, ganz ehrlich, geht gar nicht. Sagt mir mal bitte eure Meinung zu den ganzen neuen Batman-Filmen und Spider-Man-Filmen. Das würde mich mal brennend interessieren. Aber wirklich, brennend. So viel dazu. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Hm. Hm. Dann sagt mir mal bitte noch, welchen Batman- und Spider-Man-Film ihr am geilsten findet. Das würde mich auch mal auch brennend interessieren. Also, der komplett neue Spider-Man-Film ist eigentlich einer meiner Lieblingsfilme, glaube ich. Aber eigentlich gibt es da schon sehr viele Spider-Man-Filme, die ich geil finde. Aber mir fallen gerade nicht die Namen ein. Aber von Batman gefällt mir auf jeden Fall Batman Begins. Das ist definitiv klar. Wo er halt die Höhle erstmal ausbaut, erstmal schön aufräumt und sonstigen Kram. Ich finde eh sowas richtig geil. Wo er erstmal so richtig Amateur-like ist und dann zu dieser Person wird. Also zu diesen Superhelden. Wenn es um Batman oder Spider-Man geht. Finde ich echt hammergeil. Und ich gehe eigentlich gerade echt recht gut ab. Also, okay, es geht. Also, Plus-KD ist auf jeden Fall drin. Ja, Plus-KD ist drin. Ja, kann man so stehen lassen, möchte ich meinen. Es ist eigentlich schon eine ordentliche Runde. Hätte ich echt nicht erwartet, dass ich eine Plus-KD mit dieser Shotgun raushaue. Denn ich bin der absolute Shotgun-Noob. Kannst du mir nicht antun, mit der Shotgun rumzurennen. Nee. Ich renne echt nur mit einem Sturmgewehr rum, wie ihr wisst. Oder höchstens wirklich mit einer MP, aber Shotgun auch. Oh, oh, oh. Bleib stehen! Ja, ja, super. Hätte ich bloß nicht geschossen. Und dieser weiter. Na, jetzt, jetzt, jetzt geht das Gefäle los. Jetzt geht's los. Meine lieben Freunde, jetzt geht's los. Oh, ja. Ist er jetzt hinter mir gespawnt? Ja, er ist da unten gespawnt. Hammergeil, die spawnen es mal wieder. Richtig geil. Spawn halt in der Nähe vom Gegner. Der ist bestimmt jetzt auch gerade gespawnt. Ja, glaub schon. Oder auch nicht. Ist mir eigentlich scheißegal, denn ich hab verloren. Aber wir sind noch am Gewinn. Also unser Team. Was auf jeden Fall definitiv noch recht geil ist. Irgendwie finde ich, ist die Maus total komisch. Die bewegt sich, glaub ich, irgendwie langsamer. Oder so, keine Ahnung. Ist ganz komisch. Naja, okay. Liegt auch vielleicht daran, dass ich wirklich zwei Wochen oder so lang nicht mehr am PC war. Das könnte echt gut sein. Von daher. So, jetzt hau ich mal die Predator raus. Ganz klar. Wenn ich zwei Kills mache, dann... Ja. Toll. Das war schon mal definitiv fail. Möchte ich mal meinen. Nein. Der ist hinter mir oder so. Dieses Schwutter. Alter, ja klar. Komm rein. Messer mich gleich. Du scheiß Drohensau. Guckst nur auf die Drohne. Mache ich ja auch kein Thema. Aber... Alter. Wo ist er denn? Alter, ich komm hier gar nicht mehr klar, ne? Einspielen und so. Muss sein, muss sein. Alter, ja. Ja, ja. MP, scheiß da. Boah, ich werd ja echt in dieser Runde total geblockt, ne? Merkt er, ne? Also diese ganzen kleinen Lacks, das sind keine Lacks so richtig. Das sind Block-Action. Also, wenn jemand halt hinter mir die ganze Zeit hinterherläuft, oder so. Ja, genau. Alter, warum bin ich bloß nicht da oben geblieben und hätte auf diesen Spasten gewartet? Der wäre hundertprozentig noch nach oben gegangen. Definitiv, äh. Alter. Ich hasse den Schatt ganz. Überhaupt macht die eigentlich nicht so einen riesen Schaden. Also, gewonnen hattet habe ich eigentlich schon nicht echt jemanden, ne? Ne, zwei Schüsse höchstens. Aber naja. Auch wenn ich nur One-Hit-Shotgun hätte, würde ich nicht derbs abgehen. Davon mal abgesehen. Aber da hab ich grad gewonnen hattet. Das ist doch super. So, das war auch dieser Typ, der mich die ganze Zeit gemessert hat. Nebenbei. Oh ja. Der hat immer Thyrium. Kein Thema, kein Thema. Alter, natürlich kommt der wieder mit seiner Scheiß-Wasserspritzpistole. Oh. Und dieser loose Amica. Amicia. Na, was weiß ich. Na, oder ja. War da gerade einer? Ne. Einbildung schon. Einbildung ist wieder da. Ja, ich hab die Predator. Ich weiß, die werde ich auch gleich einsetzen. Oh, ich lege mir in der Nacht, wenn ich sowas sehe. Oh. Ich hab letztes Gefecht drin. Finde ich total toll. Na, spawnt halt gleich wieder. Oh ja. Echt geil. Ich liebe so eine... Wie hießen die nochmal? Fackeleinstiegsdinger. Ja, ich wollte gerade die ganze Zeit Predator hinsetzen, aber ich hab echt nicht die Zeit gefunden. Wegen überall Gegner und da muss der Zero halt hinlaufen und aufräumen, ich mein. Eigentlich mal ein Predator-Kill nebenbei gelandet. Ich find's schade, dass man jetzt nicht nochmal eine Predator einsetzen kann. Also, dass es nicht ersetzt wird, die erste Predator. Also, dass man wirklich nur eine Predator haben darf. Find ich echt schade gemacht. Ja, das war fail natürlich von mir. Mehr Schüsse daneben gesammelt. Aber ich hab ihn gekillt und wurden auch von hinten gemessert. Von diesem Typen, den ich mehrmals gekillt habe. Also, diesen Sniper-Ficker. Das ist echt mein toller Freund, ey. Oder weniger. Und, letzter Kill von mir. 24-13, meine Freunde. 24-13. Okay. Ich mein, ich... Die Gegner waren auch nicht so gut. Also, ganz ehrlich. Aber der Kill war doch eigentlich ordentlich von dieser Weite. Das war so, ich hab sogar noch ein Headdy. Keine Ahnung, ist mir scheißegal. Auf jeden Fall. 24-13. Bin ich echt stolz drauf. Wegen einer Plus-Kaddy und so. Und ja, wir sind bei 10 Minuten, gleich 11 Minuten angelangt. Dann werde ich jetzt mal diesen Part beenden. Und dann sehen wir uns so beim nächsten Part von Call of Duty Modern Warfare 3, den Multiplayer. Und sagt mir bitte noch in den Kommentaren, welchen Batman-Film ihr am liebsten mögt. Welchen Spider-Man-Film ihr am liebsten mögt. Und was ihr von diesem komplett neuen Film haltet. Damit verabschiede ich mich. Shakalaka. Motherfucker. Bye. Bye. Besuch.